Oh, so, 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 hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play, der Let's Show Zelda Skyward Sword. Ja, im letzten Mal haben wir uns hier, ähm, weil wir hier ohne weiter umgeschaut sind im tiefen Wald angelangt. Wir sind immer noch auf der Suche nach Zelda, aber ich bin jetzt hier an einer Wolken, ich sag schon wieder Wolkenstadion, Vogelstadion und ich möchte ins Wolkenmeer reisen. Ja, das möchte ich. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt funktioniert. Wooo! Ah, ist ja cool. Okay. Ich möchte nämlich... Äh... Ja? Zu Terrys Laden? Äh... Ja, und zwar genau hier. Spupp! Denn wir haben jetzt eine Schleuder und mit dieser Schleuder können wir den Laden wahrscheinlich öffnen. Bupp! Ja, hey, hey! So. Dann... Zeig doch mal her! Bomb! Äh, Bomb! Ernsthaft! Flieg doch nicht weg, ey! Ja! Ernsthaft! Gah! Ist doch nicht dein Ernst! Wo ist jetzt dieser Scheißladen? Wir einfach abhauen, der Laden! Danke! Ja, ich möchte jetzt bitte da ran! Hallo! Hallo! Danke! Heilig Güte, ey! Okay! Das war ein interessanter Laden! Hehe! Ich möchte jetzt unbedingt da rein! Gebt mir mein Käfernetz! Oh, hi! Sehr gut! Oh, es ist selten, dass hier jemand in der Scheine mich näher findet! Dies ist mein Laden, den gibt es alles, was dein Herz begehrt! Zieh dich nur in Ruhe um! Ach, eine Sache noch! Es wäre nett, wenn du nicht nur gucken, sondern auch etwas kaufen würdest! Oh! Ah, hier kann ich schlafen, das ist ja cool! So, was hast du denn hier alles? Was ist das? Oh! Mit dieser Zusatzstraße kannst du ein Eisemmeer bei dir tragen! Entweder in der Reisung bei FIFA was angehe, oder was sagst du? Ja, 300 Trubine! Alter, was? Oh, zieh dich ruhig, habe ich weiter um! Okay, ich brauche Geld! Was ist die Lebenskraft? Die Lebenskraft beteiligt, sie entfallen in der Wirkung schon! Lass dir bloß mal einen Reisung, wie der Name schon sagt! Äh, wer ist sein, weiß gar nicht, was sie bewirkt! Ah, wir sehen einfach aus! Ich bin schon für Acht, und er passt! Oh, sieh dich ruhig, aber eh nicht weit um! Bist viel zu teuer, Kollege! Das hier ist eine überaus praktische Zusatzgeldbörse! Damit kannst du 300 Rubine mehr tragen, zu sich großartig! Du willst sie doch bestimmt, oder? Für eine 100 Rubine gehört sie dir! Ja, überlege ich mir noch! Und das Käfernetz? Oh, du nirgst jetzt hier also für das Schmetterlingsnetz! Damit kannst du Insekten einfangen! Das macht Spaß! Und ist eben auch noch sehr nützlich! Auf Zubini ist doch ein fairer Preis! Ja, klar, das nehme ich! Dass das Schmetterlingsnetz erhalten! Fang damit flink und fleißig! Äh, flink und leise Insekten und andere Dinge! Geil! Ich kaufe so nicht bereuen! Ja, haha! Und die Geldbörse nehme ich auch mit! Ja, 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 praktisch Geldbörse! Bla, 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 bla! Natürlich! Du hast sie in Zusatzgeldbörse erhalten! Ist ein normale Geldbörse voll mit die Ziebplätze! So, weiter, Rubine! Cool! Diese Kaffee soll ich spreuen! Ja, haha! So, wenn ich jetzt rausgehen, wieder rein, hast du da ein neues Zeug im Angebot? Oder nicht so? Ja, hat er ja! Das hier ist... Das ist eine übersoxische Zusatzgeldbörse! Da kannst du drei Lobine... Alter, was? Äh... Wo soll ich denn das ganze Geld hernehmen? Was ist das denn? Was ist die Insektmedial? Das ist jedenfalls die geheimnisvolle Wirkung schon! Es sind bloß beide Dreck! Sie zeigt dir an, wo sie Insekt befinden! Das ist doch mal richtig nützlich! Ist ja wenig teuer, wenn du da... Ha, 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 ha! Ha! Oh, ähm! 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 Oh, bitte, warte! Einen Moment! Du bist ganz schön schwer wegen dir, muss ich wie an ihre Petane drehen! Jetzt willst du gehen oder was? Los, sie zu, dass du wegkommst! Äh... Äh... Ich möchte jetzt ganz viele Schmetterlinge fangen, ne? Ist klar, Leute! Ha! Kuah! Puh! Yes! Was? Was? Ein Himmelzweiler gewonnen, ein Weitverpreis ist... Man hält sich auch als Setzer-Wotten auf! Schmetterling! Stimmen! Komm her! Ha! Ha! Ja, komm her! Ich krieg dich! Oh! Ha! Alter, die sind zäh, die Viecher Yes Schmetterling, nice Ja, Leute, jetzt muss ich mich natürlich auf die Suche nach Käfern machen, weil das ja klar ist Lass dich schon wieder ein Komm her, komm her, komm her Ja, komm her Komm her, komm doch her Alter, was Nein, ach, nein, 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 nein Ich wollte eigentlich Jetzt ist das Ding schon wieder weg, ne Ich wollte auch nur mein Ding zentrieren Alter, was ist denn los Irgendwie spinnt gerade meine Steuerung, so Ich möchte das Netz haben Und ich möchte vor allem Nochmal in die Wasserhöhle Hab's hier nicht auch Insekten irgendwo? Weißt du, überhaupt nicht, was die bringen mir, aber ich will Insekten haben Ab da Hallo, Biana Miau Wo war denn das jetzt schon wieder, äh Hi Na Miau Miau Dann lass mich mal vorbei Danke Miau Miau Gott, wo soll ich denn so viele Rubine hernehmen, jetzt mal ganz ehrlich Was zum Geier So, irgendwo Insekten Moment, da hab ich doch gerade was gesehen, oder? Na, hier war nur ein blauer Rubin Überall Insekten Besser wie wir das in dieser Höhle noch ein Insekt war Das ist bestimmt ein Neues, das will ich haben So, wo war das? Äh Du bist im Ledermaus Von Sechs, glaube ich schon Aha, hier ist es nämlich Zack Oh, hier ist Drecksviecher, ne? Hier ist Drecksviecher Oh, blaue Rubin Nice So, ich möchte jetzt dich haben Komm, her Bitte Dieses Käffernetz, ne? Das will ich noch mal eine Freude haben Jetzt ist der Käfer weg, ne? Dein Ernst Ist das Ding weg? Boah, das ist aber auch schwer, mit dem Ding umzugehen Da bin ich einfach nur zu blöd Ich bin da drauf gar keine Antwort Alter, ihr Drecksviecher Boah Mann, ey Ja, habe ich noch eine Kiste übersehen Was? Zum Geier Nicht falsch rum Red Ruby Nice Blöd, dass ich dieses Glück für mich nicht habe Mann Lass mich in Ruhe Ach, schön Wo bin ich jetzt eigentlich? Achso, genau hier Gab es hier auch Insekten? Nichts aus Gut, jetzt gehen wir noch mal da rein Dann hole ich mir diesen Glühwürmchen Das Glühwürmchen, aber gut Ich meine, das gäbe es natürlich auch bei Nacht Das haben wir ja gesehen, aber Huch Oh, ihr Dreckstypen Verschwindet Ja, hau nur ab Hau nur ab von mir Link Diese Steuerung dieses Spiel Das ist einfach wunderschön Muss ich sagen Raum Boah Fledermäusen Abgelenkt So Kommst jetzt her Dumm ist Tier Der ist schon wieder weg Der ist schon wieder weg, ne? Was ist das für ein Troll? Warum fliegt dieses scheiß Glühwürmchen immer so weg? Lass mich von Glühwürmchen verarschen Ja, ne, ist klar Ich will jetzt es haben Mann, ey Ba, 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 ba Ba, ba, ba Die, 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 die So, Mann, ey Ich merke mich, das geht, ne? Wahnsinn Was ist aber hier eigentlich? Was ist das? Monsterklaue, halt Diese Klaue stammen wir mal Sieht äußerst gefährlich aus. Cool. Hab ich dich! Hast ein Wolkenblühen will mich hier gefangen. Wie als das seltenste Insektenbau und kann ausschließlich an dunklen Orten gefangen werden. Ah, cool. Coole Sache. Was ist denn bei der Ausdauer los? Warum? Ich hab doch gar nichts gemacht. Okay. Gut, als nächstes möchte ich noch auf den... Da, wo das Wasser war, war auf irgendeiner kleinen Insel ein Insekt. Das will ich noch haben. Ganz ehrlich. Und dann können wir auch wieder ins Erdland zurückgehen. Hab erst so ein bisschen Insektentur. Wo ich schon das Ding hab. Schwupp. Ich will doch wissen, wo das war, ne? Ich wäre ganz schön höhenfuhr. Ich glaub, hier war's. Schwupp. Ja, jetzt nimm's doch. Hallo? Danke. Hast ein Himmelsanbäderin gefangen. Mit seinen starken Greifern macht dieser Insekt. Jagd auf seine Beule. Er lebt gerne in luftigen Höhen. Cool. Ja, nice. Find ich gut. Okay. Dann können wir jetzt aber wieder zurück ins Erdland. Und sich dann auch wieder über die Wolken... Über die Lichtsäule oder über so eine Wolkenstatue. Ach, da komm ich ja nicht hoch. Das ist jetzt die Frage. Ist die Schleu... Ach, die ist noch da, ne? Na gut. Das sagt eigentlich der kleine Typ, dass wir jetzt den Tarifladen aufgemacht haben. Sagt er da irgendwas? Sorry, Leute. Ich muss erkunden. Ihr wisst es doch alle. Da sehe ich noch einen Käfer für mich. Nice. Komm her. Komm her. Oh, dieses Insektennetz, ne? Das ist so ungenau. So, hi. Hey, leg. Weißt du was? Das ist ein Paar-Dotoff-Angeber. Ist so. Ich war doch überhaupt noch nie da oben, oder? Ist schon mal da oben? Bin ich da oben? Was gibt's denn hier oben? Gibt's hier oben irgendwas? Nö. Ich würde sagen, wir fliegen noch ins Aetland in dem Paar, dann beende ich erst mal wieder. Weil es ist schon wieder vorbei. Ist die Lichtzäune da. Müsst du dann auch irgendwann mal die ganzen Orte hier erkunden, wo sie auf der Karte eingezeichnet waren? Irgendwann machen wir das schon. Oh. Und tschüss. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich habe alle Statuen aus meinem Speicher auf deiner Karte markiert. So kannst du jeder von ihnen reisen. Führe zu der Statue, zu der ich dich bringen soll. Drücke A. Okay. Okay. Das ist nett. Rief im Wald, da möchte ich jetzt... Nö. 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 Du bist eine Art und Weise auf der Karte. Nö. 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 Das nächste Mal wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.